Wie zur Behandlung und Heilung Brainstemgliom Ein Brainstemgliom ist ein Krebsgliom-Tumor im Hirnstamm. Rund 75% sind bei Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 20 Jahren diagnostiziert, aber sind dafür bekannt, als auch ältere Erwachsene betreffen. Brainstemgliome beginnen im Gehirn- oder Rückenmarksgewebe und in der Regel während des gesamten Nervensystem verbreitet. Faktoren bei der Entscheidung, Behandlung Die Behandlung von Gliomen bei Kindern hängt davon ab. Ob der Tumor langsam oder schnell wachsenden, die Qualität Wo im Gehirn der Tumor wächst Ob es möglich ist, es zu entfernen Das Alter des Kindes Die Hauptbehandlung für die meisten Kindheitliomen ist die Operation so viel des Tumors wie möglich zu entfernen. Aber es ist nicht möglich, Tumore in einigen Bereichen des Gehirns zu entfernen. Beispielsweise bei Tumoren im Hirnstamm oder entlang der Bahn der Sehkraftnerven, Sehneftumoren. Chirurgie kann zu viel Schaden an den umgebenden normalen Hirngewebe verursachen. Diese Teile des Gehirns sind empfindlich, wichtig und hoch spezialisierten Bereichen. Wenn eine Operation möglich ist, sind niedrige Grade Tumoren im Allgemeinen leichter als hochgradige entfernen, da sie weniger invasiv zu neigen. Low Grade Tumoren ausgebreitet nicht in das umgebende Hirngewebe in der Weise, dass einige High Grade Tumoren tun. Für einige Arten von Gliomen, kann eine Operation die einzige Behandlung, Ihr Kind, vor allem für langsam wachsende, Low Grade, Tumoren muss. Wenn Ihr Kind kann Ihr Spezialist möglicherweise nicht die vollständige Tumor entfernt, deuten daraufhin, Strahlentherapie oder Chemotherapie oder möglicherweise eine Kombination aus beidem. Ihr Kind hat die chirurgischen und medizinischen Spezialisten werden alle Behandlungsmöglichkeiten mit Ihnen im Detail zu besprechen. Die Strahlentherapie ist in der Regel nicht für Kinder unter drei Jahren verwendet, da es zu schweren Langzeitnebenwirkungen verursachen können. Ihr Spezialist könnte Protonbehandlung in Betracht ziehen. Statt Röntgenstrahlen zu verwenden, Protonenstrahltherapie zielt darauf ab, Protonenstrahlen am Krebs. Diese Art der Behandlung ist für jeden etwas und hohe Energie Protonenbehandlung nicht geeignet ist, in Großbritannien ist im Moment nicht verfügbar. So wird der Spezialist jeden Fall einzeln zu prüfen, und wenn Sie das Gefühl es ist geeignet im Ausland zur Behandlung geschickt werden können. Sie können mehr über Protonenstrahltherapie lesen. Gehirnkrebssymptome Sie berichteten Gehirnkopfschmerzenkrebssymptome Dies war das häufigste Symptom, mit 46% der Patienten mit Kopfschmerzen berichten. Sie beschrieben die Kopfschmerzen auf viele verschiedene Arten, mit niemand musste ein sicheres Zeichen von Gehirntumoren zu sein. Viele, vielleicht die meisten, Menschen Kopfschmerzen an einem gewissen Punkt in ihrem Leben erhalten, so ist dies nicht ein deutliches Zeichen von Gehirntumoren. Sie sollten es Ihrem Arzt erwähnen, wenn die Kopfschmerzen sind. Diejenigen, die sich von Ihnen jemals zuvor, von Übelkeit erbrechen begleitet werden, werden noch verschlimmert durch Brücken oder Pressen, wenn auf die Toilette gehen. Epileptische Anfälle Hirnkrebssymptome Dies war die zweithäufigste Symptom berichtet, mit 33% der Patienten einen Anfall berichtet, bevor die Diagnose gestellt wurde. Epileptische Anfälle können auch durch andere Dinge, wie Epilepsie, hohem Fieber, Schlaganfall, Trauma und anderen Erkrankungen verursacht werden. Dies ist ein Symptom, das nie ignoriert werden sollte, unabhängig von der Ursache. In einer Person, die noch nie einen Anfall hatte, gibt es in der Regel etwas Ernst, und sie müssen ein Gehirnscan erhalten. Gehirnkrebssymptome Ein Anfall ist eine plötzliche, unfreiwillige Veränderung im Verhalten, Muskelkontrolle, Bewusstsein und oder Empfindung. Die Symptome eines Anfalls kann durch plötzliche, heftige Schütteln und Totalverlust des Bewusstseins zu Muskelzückungen oder leichtes Schütteln der Gliedmassen reichen. Bevölkerung wird eine einzige Anfall in ihrem Leben. Gehirnkrebssymptome Wie bei Kopfschmerzen, diese sind unspezifische Symptome, was bedeutet, dass die meisten Menschen, die Übelkeit und Erbrechen haben kein Gehirnkrebs haben. 22% der Menschen in unserer Umfrage berichteten, dass sie Übelkeit und oder Erbrechen als Symptom hatte. Gehirnkrebssymptome Übelkeit und oder Erbrechen ist eher in Richtung einer Gehirnkrebs zu zeigen, wenn es hier erwähnt von den anderen Symptomen begleitet wird. Gehirnkrebssymptome 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 Probleme mit Schwäche der Arme, Beine oder Gesichtsmuskeln, und seltsame Empfindungen in ihrem Kopf oder Hände. 25% berichteten Schwäche der Arme und oder Beine. 16% berichteten, seltsame Gefühle im Kopf, und 9% berichtet seltsame Gefühle in den Händen. Dies kann in einem veränderten Gang zur Folge haben, Gegenstände fallen, fallen, oder eine asymmetrische Gesichtsausdruck. Diese könnten auch Symptome eine Schlaganfall sein. Plötzliches Auftreten dieser Symptome ist ein Notfall, sie in die Notaufnahme gehen sollte. Wenn Sie eine allmähliche Veränderung im Laufe der Zeit feststellen, müssen Sie es mit Ihrem Arzt melden. Gehirnkrebssymptome Verhaltens- und kognitive Probleme Viele berichteten, Verhaltens- und kognitiven Veränderungen, wie zum Beispiel Probleme mit den letzten Speicher, die Unfähigkeit, die richtigen Worte zu konzentrieren oder zu finden, ausleden, keine Geduld oder Toleranz. Und den Verlust von Hemmungen, Sagen oder Dinge zu tun, die nicht geeignet für die Situation sind. Gehirnkrebssymptome Wenn Sie denken, dass etwas falsch ist, gehen Ihren Arzt aufsuchen. Erklären Sie, dass Sie besorgt sind, es ist ein Gehirnkrebs ist. Denken Sie daran, dass Hirntumoren relativ selten im Vergleich zu den meisten anderen Störungen, so wird der Hausarzt der Regel nicht zu denken gehen werden, um es ein Gehirnkrebs ist. Sie denken, zunächst häufigsten Ursachen für die Symptome. 64% der Zeit, dachte der Arzt es nicht ein Gehirntumor war, als die Befragten zuerst zum Arzt ging. Mehr als die Hälfte der Menschen berichteten, dass sie die Symptome für mehr als einen Monat, bevor die richtige Diagnose von Hirntumoren gemacht hatte. Bei den bösartigen Hirntumoren, eine Verzögerung von einem Monat in Behandlung beginnen kann einen großen Einfluss auf das Ergebnis zu machen. Ursache Die Ursache ist noch unbekannt. Die Forscher haben keine direkte genetische Verbindung gefunden. Kinder für Tinea Capitis bestrahlt wurden, ein erhöhtes Risiko für andere zentrale Nervensystemtumoren gefunden zu haben. Für Meningiome, Gliome und Nerven scheiden Tumoren, aber stammen nicht unbedingt Tumoren des Gehirns. Anzeichen und Symptome Häufige Symptome umfassen, sind aber nicht notwendigerweise beschränkt auf Der Mangel an Gesichtskontrolle, Schlupflieder Doppelsehen Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen, die besser wird nach dem Erbrechen Übelkeit und Erbrechen Schwäche und Müdigkeit Seizuris Balance-Probleme Die Symptome können langsam und subtil entwickeln und kann für Monate unbemerkt bleiben. In anderen Fällen können die Symptome abrupt auftreten. Eine plötzliche Auftreten der Symptome neigt dazu, mit schneller wachsenden, hochgradigen Tumoren auftreten. Diagnose Bildgebindenverfahren, wie zum Beispiel MRI, die Hauptdiagnose-Werkzeug für Hirnstammgliomen. In sehr seltenen Fällen, Chirurgie und Biopsie durchgeführt werden. Behandlung Anders als die meisten Hirntumoren wird Brainstammgliom nicht oft mit Neuro aufgrund von Komplikationen in lebenswichtigen Teile des Gehirns behandelt. Öfter wird es mit Chemotherapie und oder Strahlentherapie behandelt, obwohl letzten Verwendung der Strahlentherapie hat gemischte Ergebnisse ergaben. Es gibt mehrere neue klinische Studien im Gange. Ein solcher Versuch ist Dendritische Zelle Immuntherapie, die die Tumorzellen und weißen Blutkörperchen des Patienten verwendet eine Chemotherapie zu produzieren, die direkt auf den Tumor angreift. Allerdings sind diese Behandlungen Nebenwirkungen, am häufigsten einschließlich Übelkeit, der Zusammenbruch des Immunsystems und Müdigkeit. Haarausfall kann austreten sowohl Chemotherapie und Bestrahlung, aber in der Regel wächst wieder nach einer Chemotherapie beendet ist. Steuide wie Decadron kann Schwellungen im Gehirn zur Behandlung erforderlich. Decadron kann zu einer Gewichtszunahme und einer Infektion führen. Patienten können auch Anfälle, die Komplikationen behandelt werden müssen, um zu vermeiden. Für einige Patienten gibt es eine Chance einer neurologischen Abbau dieses enthalten kann, ist aber nicht beschränkt auf Verwirrung und Gedächtnisverlust. Die Verwendung von Top-Ottekin untersucht